ja herzlich willkommen heute ein neues unboxing und zwar habe ich ein paket aus italien erhalten von amazon das jetzt auch gerade schon geöffnet weil der karton kam so ein bisschen er war hier vorne so ein bisschen beschädigt hier und dann habe ich den mal aufgemacht dann würde ich sagen gucken wir direkt rein und ich sage mal von vorab ich habe nichts doppelt gekauft ich habe mit jemandem zusammen bestellt also jetzt nicht wundern dass ich alles doppelt und einfach gekauft habe das ist nicht so das gehört mir insgesamt alles nur einmal und dann fangen wir mal mit top gun das sind das hier diese diese komischen jacket verpackungen das licht ist jetzt auch ein bisschen schlecht man musste in die küche gehen weil der karton so groß ist ja wie gesagt dann haben wir halt nochmal top gun dann saturday night fever also das haben wir auch nur gekauft weil der preis so gut war und der film weiß ich nicht ob der was kann aber ich finde die verpackung extrem cool ja wie gesagt noch mal und dann haben wir einmal gris kann mich auch nie gesehen den film wie gesagt ich glaube die dinge haben alle 89 euro um die gekostet und dann haben wir die einfach alle mitgenommen die sehen ja schon cool aus machen sich im regal einfach top und ja so dann einmal terminator salvation und zwar ist das hier diese dieses motorrad das soll wohl auch nummeriert sein limitiert insgesamt auf 1200 stück aber wahrscheinlich ist das hier entweder eine neuauflage oder ja nicht ganz sicher auf jeden fall sind die dinge wohl auch nummeriert ja sehr cool dann ja ganz halt natürlich dann wie gesagt noch mal quasi beide dasselbe bestellt mehr oder weniger ja das habe ich nicht gekauft das hat der kollege gekauft hier nochmal indiana jones hier diesen diesen kristallschädel ja ich habe das dinge schon habe ich ja schon unboxen und das gehört jetzt mir das ganz zum schluss absolut cool und zwar sieht man das dalt ramonto al alba das ist hier der titi twister von das sind ja das sind ja alle drei teile das kommt ja in dieser coolen sonder verpackung hier das ist ja dieses titi twister nachher dann ist das digipack da drin und das ganze ist limitiert auf 700 stück und auch nummeriert und ich habe nochmal 340 von 700 sehr coole nummer auf jeden fall das wird gleich hier auch direkt unboxed ja ich zeig nochmal eben alles ja das ist ja die küche so ein bisschen so ja das ist quasi unser paket sorry also das jetzt hier der einkauf ja die westen echt cool das ist wohl echt eine richtige kette das ist schon cool ja wie gesagt ne set of night fever top gun greece indiana jones terminator und from dust till dawn ziemlich cool ja das war eigentlich auch schon das paket im anschluss werde ich dann auf jeden fall noch terminator und vom gas still dawn auf jeden fall noch an boxen und dann denke ich mal direkt kurz danach auch noch hochladen und dann ja das war es dann ich hoffe es hat euch gefallen und sehen wir uns beim nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss